BigBlueButton – Wie man das Audio verbindet Ein BBB-Meeting betritt man entweder, indem man sein Mikrofon verbindet oder indem man die Option nur Zuhören auswählt. Verbindet man sein Mikrofon, so gelangt man automatisch in einen Audiotest, wo der Audioeingang, also der Mikrosound und der Audioausgang, also Lautsprecher- oder Kopfhörersound, unmittelbar überprüft werden und mittels eines Balkens die Lautstärke visualisiert wird. Dieser Audiotest kann auch zu einem späteren Zeitpunkt über den kleinen Pfeil am Mikro-Icon neu aufgerufen werden. Über dasselbe Menü kann auch zwischen mehreren vom System erkannten Audiogeräten jederzeit gewechselt werden. Möchte man die Audioverbindung beenden, so kann man das über den Menüpunkt Audio beenden machen. Direkt über den Mikrobutton stellt man dagegen die Stummschaltung ein oder aus. Vielen Dank.